Ihr habt sicher schon mitbekommen, dass die neue RWTH-App verfügbar ist. Runterladen könnt ihr sie über die App-Stores auf euren Smartphones. Die RWTH-App ist für Android und iOS erhältlich. Auf der Startseite könnt ihr euch selbst gewählte Favoriten anzeigen lassen. Das Menü lässt sich über den Button unten links öffnen. Hier findet ihr alle Lernräume der Hochschule, inklusive die der Unibib, der BIP2 und der MedBIP. Zu jedem Lernraum gibt es die wichtigsten Infos, wie die Anzahl der Plätze, die Öffnungszeiten und die Adresse. Über das Direktfeedback könnt ihr uns direkt anschreiben. Wählt aus der Liste den Kanal der Unibib aus, dann könnt ihr direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Den Bereich der Unibib in der App findet ihr hier. Wenn ihr euer Konto verknüpft habt, seht ihr im oberen Bereich eure Ausleihen, Bestellungen oder Gebühren. In der Mitte findet ihr Links, zum Beispiel zur Unibib-Webseite und zum Katalog Plus. Der Link zum Katalog Plus öffnet sich im Internetbrowser. Über die drei Punkte oben rechts könnt ihr weitere Optionen abrufen. Um alle Funktionen im Katalog Plus nutzen zu können, solltet ihr euch anmelden. Die Anmeldung erfolgt über das Single-Sign-On-System der Hochschule. Ihr habt Fragen? Kommt einfach vorbei oder meldet euch!